Sehen Sie! Alles in Ordnung? Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los! Warum hat der Prophet das nicht vorhergesehen? Wer weiß, was der Prophet sieht? Er sagt uns, was ihm weise scheint. Er wird es richten. Er ist das Schwert der Rache. Oh, Frederick! Naan, Elisabeth, stell dich genauso. Wo war Songbird, als es passiert ist? Beste Blickgeber. Was mich interessiert ist, wieso ist nie ein Handyman da? Handyman. Mir fehlen noch 30 Münzen, dann habe ich da was. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Ausweis mit Foto vorweisen können. Arme nach oben. Finger spreizen. Beine spreizen. Stillstehen. Halten Sie still. Ah, da komme ich nicht durch. Ich weiß schon was. Kommen Sie. Hey, Pulle, zieh dir den an. Der ist verdächtig, wenn du mich fragst. Ja, ja, ja. Ruhe da unten, Piet. Geheim und schlaf dein Rausch aus. Ach, das Ding ist versperrt. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? So. Wo hast du gelernt, Schlösser zu knacken? Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. So wollen wir, ja. Gar nichts wies. Der Blick. Komplizierte Arbeiten kann ich gleich selbst machen. Oh. Hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Ich hab jetzt schon nicht. Ein Jahrmarkt der Sparsamkeit zu Ihrem... Hier drüben. Ich hab diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für Ihre Gesundheit. Das ist vermutlich eine gute Idee. Oh, da sind 400. Hm. Stellen Sie ein paar Fangfragen, wie etwa. Finden Sie nicht, die Vox Populi hat ganze Recht mit ihren Beschuldigungen gegen den Propheten. Cool. Und bestimmt waren Freunde von Ihnen bei Ihrem Treffen. Würde mich auch mal verhindern. Hey. Hey, Mister. Wir wollen Ihnen helfen. Und ich bin mit. Sie haben hier nichts verloren, Sir. Gehen Sie lieber, sonst bekommen wir noch beide Ärger. Ich seh mal, natürlich. Kennen wir uns? Da bei der Verlosung vorhin. Ohne Sie werden wir nicht entkommen. Daisy hat immer gesagt, dass mal einer wie Sie kommt. 30 Prozent. Ich bin immer noch betrunken. Ach, geht er. Was ist das? Was ist was? Hey, Mister DeWitt. Flawless Flintlock. Die neue ist der Ausgabe der Serie. Das Erscheinen wurde dreimal verschoben. Sir, wissen Sie zufällig, wie spät es ist? Lassen Sie sich mit unserem Landesvater fotografieren. Er hat den Kirschbaum gefällt. Ich glaube, sie findet München, finde ich. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl. Wo ist sie? Ah, so. Nein, niemand andere bekommt welche. Nur ich. Ja. Die Toiletten sind zu wunderhüb. Ja. Doch. Ich hoffe, sie erwarten nicht, dass ich mit da reinkomme. Dass du rumrennst und sämtliche Mädchen abküsst, ist eine Sache. Aber die kleine Mary McCarthy? Und diese schreckliche Erin O'Malley. Wenn dein Vater das erfährt. Sie geht arbeiten, oder? Ja. Annabelle? Wie bitte? Annabelle, ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Letzter Kunde. Der Park schließt. Der Park schließt, Leute. Ach, Verzeihung. Ja. Diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich habe wohl nicht recht aufgepasst. Hm. Fischig ist fünf Meter breit. Wenn ich's eilig habe, kann ich immer vorgehen. Okay. Okay. Ähm. Haben Sie Sauerkraut? Sauerkraut? Ich glaube schon. Dann, ähm, einmal, bitte. Was macht das? Äh, einen Silberhiegel. Okay. Ich weiß nicht. Ich vermute, er hat eine Waffe. Er ist bei ihr. Klar. Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Ey. Entschuldigung. Ey, Kumpel. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Wer ist klar? Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff, First Lady. Ihr Augenblick, Freund. Ja, hab ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Hey, Mister. Sie werden sich Ihren Anzug noch mit Senf begleittern. Ich ruf wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugriff. Bleib, wo du bist. Ha, schon so verdächtig gewesen. Stopp sie. Gehen Sie weg von mir. Geht weg von mir. Lasst mich raus. Ich will raus. Ich will sofort hier raus. Bleibt mir vom Leib. Tschüss. Tschüss. Okay, das ist mit der Bedeuern, finde ich wirklich. Nice. Und auf Monument 1. Denken Sie daran, Sie könnten einen Sympathisanten kennen. Ein Bekannter könnte gewisse Neigungen haben. Der Prophet rät zur Wachsamkeit. Und nun wieder Musik. Wenn ich mich niemand hütteln kann, weil ich einen umbringe, ist das eigentlich recht. Wo ist sie? Sie ist weg. Ach, na toll. Hey, das ist schön. Genau das, was wir jetzt brauchen. Wir wollen ja die Fähigkeiten oft genug verwenden können. 1500 überschritten. 1600 überschritten. Fließt das Geld von alleine? Ich habe keine Zeit. Bleib einfach wo du bist. Wo ist sie? Bleib mir sie mir von mir. Wo ist sie? Komm zurück. Ach, anscheinend fliegt sie nicht. Und anscheinend ist das kein Quicktime. Das ist sie. Sie haben diese Menschen getötet. Ich kann es nicht fassen. Sie sind alle tot. Sie haben sie aufgebracht. Melisabeth, ich... Sie sind ein Monster. Was hast du denn gedacht, was passiert? Was? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was... Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Eines habe ich gelernt. Wenn du nicht als erster ziehst, ziehst du gar nicht mehr. Sie bluten. Kommen Sie. Was da eben passiert ist, war noch nicht alles, habe ich recht. Ich weiß es nicht. So. Danke. Danke. So höfliches Buch. Kann ich doch mal Danke sagen. Da muss ich mich wohl dran gewöhnen. Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, sie mit Heilmitteln zu versorgen. Und wenn die Wunde mal tiefer geht, versuche ich sie fürs Diesseits zu bewahren. Leck. Oh, ich hasse es. Oh. 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 Okay, was ist das? Oh. War klar. Hätte ich wissen müssen. Oh, Buddha. Es geht durch. Es geht nicht weiter. Es geht durch. Es geht durch.